Mittwoch, 18. September, 21 Uhr, Bayern München gegen Rotherr Stern, 3 zu 0. Manuel Neuer, Niklas Sule, Benjamin Barfart, Lukas Hernandez, Joshua Kimmich, Diago, Contino, Kontin Todiso, Robert Lewandowski, Ivan Barczyk, Kingsley Coman, Milan, Burian, Milos, Dekinik, Janner, Namai, Milufik, Marco, Kolpik, Marco, Mering, Duzan, Javinskik, Konrass, Milan, Marvkov, Matteo, Carzia, Rief, Van, La, Hacher. 15 Uhr, 6.40 Uhr.